Scheiße, ich brauche Papierschneiden. 17 Minuten, 17 Sekunden, Alter, 10. Tschüss. Immer mit der Ruhe. Also, wir starten, wenn es da null ist. Tue irgendwas so, als ob wir gerade... So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Jetzt ist wieder Dienstagabend. Dienstagabend, wir warten noch ein wenig. Komm, aber vier. Letztes Mal waren es auch vier. Da sind aber einige Zeit vorher schon losgegangen. Wir haben wieder hier die Kamera und eure Kommentare. Du könntest da mal ein bisschen hochziehen, sonst... Genau. Also, wenn ich da rüberschaue, dann bedeutet das nicht, dass ich irgendwie abwesend bin, sondern ich lese eure Kommentare. Genau. Wir warten einfach wieder ein wenig. Können aber mal uns vorstellen, was wir letztes Mal ganz vergessen haben. Wir wurden auch angeschrieben, wer warst du jetzt mit der Mütze? Der war das mit der Mütze und ich war der ohne Mütze. Genau, diesmal habe ich keine Cappy an. Er kennt ihr ihn überhaupt wieder. Das ist Kayvan. Servus. Das ist der Sandro. Sandro. Genau. Und wir machen diesen Podcast, diesen Livestream immer aus dem schönen Stuttgart, was man vielleicht auch an der... An dir hört. Also an mir hört man es nicht so sehr, aber ich werde doch ziemlich... Ach, ist da. Also wenn ihr irgendwas nicht versteht, fragt einfach. Schämt euch nicht. Genau. Wenn ihr... Aber wenn ihr auch weitere Fragen habt zu irgendwas, einfach fragen, Diskussionen anregen, genau deswegen machen wir das ganze heute. Wir sollten mal wieder die obligatorische Frage stellen, ob man uns überhaupt hört. Hört man uns, sieht man uns. Weiß, hat noch niemand was geschrieben. Vielleicht musst du auch mal aktualisieren. Ich weiß nicht. Ich tue mal das aktualisieren alles. Vielleicht geht es dann besser. Vielleicht haben die Leute dann schon geschrieben. Jetzt sehen wir uns auch schon ein bisschen größer. Nee. Nee, aber... Geliked haben sie. Ja, machen wir so. Gut. Wir haben nur noch eine Woche. Dann ist es soweit. Ja. Eine knappe Woche. Eine Woche bis zur dritten Staffel von Better Call Saul. Und die Kommentare gehen also. Sehr gut. Ja, schon Sneaky Pete gesehen. Leider noch nicht, aber es ist auf meiner Watchlist auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, wir werden schön auch diesmal nochmal Dankesagen von Close Up gesponsert. Das T-Shirt. Letztes Mal hatte ich auch ein T-Shirt an. Das habe ich dann wahrscheinlich nächstes Mal wieder an. Sehr cooles Better Call Saul T-Shirt. Die schönen Tassen und das Poster, das bekommt man alles bei Close Up im Shop. Wir haben das natürlich in der Videobeschreibung natürlich reingeschrieben und auch mit einem 15% Shop-Coupon von Close Up mit dem Shop-Coupon Call Saul. Call Saul. 15. Und ja, aber wir haben gesagt, auch in der Videobeschreibung, wir haben diesmal ein kleines Gewinnspiel. Richtig. Ein kleines Gewinnspiel und es geht um diese schöne Tasse. Wir haben nämlich noch... Zeigen Sie doch mal in Live-Action. Ja, einmal in Live-Action und einmal in schöner Verpackung noch. Um diese Tasse geht es und die ist wirklich geil. Also ich freue mich schon, diese auch nach dem Podcast weiter benutzen zu können. Und es gibt einfach eine ganz einfache Frage, was ihr tun müsst. Und zwar das hier. Wir haben nicht nur wegen dem Gewinnspiel eine Gruppe eröffnet, wo wir mit euch gemeinsam über diesen Live-Stream, über dieses Podcast hinaus diskutieren könnt und einfach Fragen stellen können, jegliche Sachen einfach in diese Gruppe reinposten können, Fan-Arts und was auch immer. Und ihr könnt dann einfach diese Gruppe joinen. Die Gruppe heißt Better Call Saul Deutschland Fans. Die ist schon da. Die ist schon ein paar Tage online. Und wenn ihr diese Gruppe joinet und uns noch sagt, welchen Lieblingscharakter ihr habt bei Better Call Saul und warum, dann könnt ihr diese Tasse gewinnen. Wir werden dann ganz normal randommäßig mit einem Random-Programm auszählen, welcher Kommentar gewinnt und euch dann natürlich Bescheid sagen. Richtig. Gut, wir haben jetzt viel geredet. Ja, dann können wir auch gleich mal beginnen mit dem Inhalt. Und da, bevor wir in Folge 10 einsteigen, würde ich euch nochmal schnell eine Zusammenfassung geben von der letzten Folge. Wer sie noch nicht geschaut hat, wie hättet sie eigentlich schauen müssen? aber Hättet ihr nicht mehr machen sie ja heute nochmal. Wir machen die Hausaufgaben richtig. Also letzte Folge war eine sehr wichtige Folge, denn Jimmy hat die Dokumente von Chuck manipuliert, von Mesa Verde, von seinem großen Fall. Und deswegen hat er Mesa Verde als Klient verloren, weil er einen Fehler gemacht hat. Er hat einen Zahlenträger eingebaut und er ist total aus der Fassung, wie konnte das passieren? Und hinter dem steckt natürlich Jimmy und er weiß es natürlich gleich. Jimmy ist dran schuld, weiß gleich genau, was er gemacht hat. Er war im Copyshop, hat dort, ja, die Dokumente gefälscht und fährt auch deswegen gleich in den Copyshop und will von dem Verkäufer, ja, herauspressen, ein Geständnis, dass Jimmy dort gewesen war. An jenem Abend. Aber Jimmy hat ihn davor, ja, bestochen und deswegen sagt er nichts. Und Chuck bekommt einen Wutanfall. Er ist außer sich und er schreit rum und dazu noch die Elektrizität, die ihn komplett fertig macht und Chuck fällt um und fällt mit seinem Kopf auf einen Tisch. Sehr dramatisch. Ja. Und, ja, Cliffhanger da in dieser Hinsicht. Genau. Könntest du mal so die Kommentare ein bisschen hochschreiben? Super. Also, und dann steigen wir auch gleich ein in die letzte Folge der Staffel 2. Click heißt sie, die zehnte Folge. Und wir steigen ein in dem wir in ein Krankenhaus gebracht werden. Wir sehen allerdings erstmal eine, ein Pulsmesser, so ein Herzkasten, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das nennt. und er zeigt noch an, dass Puls da ist. Ja. Und, ja, und dann sieht man eine Krankenschwester, die, oder man hört eine Krankenschwester, die offensichtlich zu Jimmy sagt, ich hab's nur aufgeschrieben, Pfarrer Brady ist in der Kapelle. Nichts Gutes bedeutet das. Genau, und man glaubt halt erstmal, da liegt Chuck im Bett, weil, wie es vorhin schon gesagt ist, er stürzt auf den Tisch mit der Kante, auf die Kante und ist halt verletzt und man glaubt halt, okay, scheiße, jetzt ist Chuck wohl so am Arsch. What the hell? Aber, es ist nicht so. Ja, weil dann geht die Krankenschwester aus dem Bild und wer sitzt da neben Jimmy, neben dem Bett, Chuck. Genau. Und in dem Bett liegt nicht Chuck, sondern, Ja, und Chuck ist kurz munter, aber richtig munter, überhaupt keine Verletzungen, wenn man denkt, hä, was ist so? Munter ist das falsche Wort, glaube ich, er ist physisch gesund. Ja, physisch gesund, er hat auf jeden Fall überhaupt keine Verletzungen und man überlegt sich halt, was ist jetzt hier los, er hatte ja einen krassen Unfall und, ja, man sieht erstmal, also ich, wo ich die Szene gesehen habe, war erstmal irritiert, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau, was da im Bett liegt? Achso, ja, okay. Im Bett liegt, weil man es einfach erstmal nicht erkennt. Und, ähm, aber, äh, durch eine, äh, kleine Erinnerung, einen kleinen Erinnerungsdialog von damals, äh, zwischen Chuck und Jimmy, weiß man, wer liegt im Bett? Die Mutter. Genau. Und was ein lustiges Detail ist noch, also ich hab, schon gleich am Anfang eigentlich gewusst, dass es eine Rückblende ist, wegen dem, Bild, weil ganz, die ganzen Rückblenden in Better Corsair haben immer so eine andere Beleuchtung oder ein anderes Farbbild, immer sehr bläulich, kalt, im Gegensatz zu den Szenen, die in der Realität spielen. Ist das, ist das, ist das euch auch schon aufgefallen oder sehen nur wir das oder zufälligerweise oder? Ist das, äh, subtile Stilmittel, aber das ist eigentlich auch ziemlich elegant, dass man da nicht einblenden muss, zehn Jahre so zuvor, sondern man hat einfach da irgendwas gefunden, um unterbewusst zu vermitteln, dass es sich gerade um meine Rückblende handelt. Finde ich ziemlich gut. Ja, also ich selber habe das jetzt nicht so schnell gesehen. Achte meine dritte Staffel drauf. Aber, weil ich auch gedacht habe, es ist vielleicht sogar eine Szene, die, äh, ziemlich weit, äh, in der Zukunft noch irgendwie, aber, was sei ja eben. Ähm, ja, man, man sieht, äh, beziehungsweise Chuck will dann, äh, Jimmy will dann, äh, kurz was essen gehen, hat halt noch nichts gegessen, geht raus aus dem Raum und dann sieht man Chuck weinen, aber richtig. Ja. Und, äh, es ist wohl so, dass um die Mutter halt nicht gut bestellt ist, ne? Sie liegt im Sterben, also es sind nur noch Stunden wahrscheinlich. Genau, und sie warten halt, bis sie, ähm, äh, magaber gesagt, äh, den Löffel abgibt. Oh, ho, und ja, und, äh, dann sagt aber, dann wacht sie aber nochmal auf, die Mutter, und sagt sie mit den letzten Worten, Jimmy, Jimmy, zweimal Jimmy, und, äh, vor Chuck, Jimmy ist ja nicht da, er ist ja nicht im Raum und Chuck ist halt, ähm, sichtlich wütend. Ja, das ist glaube ich auch eine, ja, Schlüsselszene von Chuck, die auch seinen Charakter ziemlich geprägt hat, oder vor allem auch die Wut, diese unterbewusste Wut, die er irgendwie gegen Jimmy hat. Ja. Weil er ist einfach so, Jimmy ist so dreist und geht sich einfach mal Sandwiches holen, während die Mutter im Sterben liegt, und Chuck ist total, komplett aufgelöst, bleibt vor seiner Mutter, und was sagt die Mutter ihrer letzten Worte, Jimmy? Ja, wohl auch. Also schon eine Demütigung auf jeden Fall, also eine richtige Demütigung. Ja, ja, auch mit dem, mit dem, auch im Hinblick darüber, dass, äh, Chuck wohl auch, äh, schon eine krasse Karriere hinter sich hat, und Jimmy wohl nicht. Ja, auf jeden Fall wollte die Mutter Jimmy nochmal das letzte Mal sehen, und es hat Chuck nicht gefallen. Und er tut es ihm ja auch verheimlichen in der nächsten Szene. Ja, genau dieses, also die nächste Szene, um die Szene zweite anzusprechen, ähm, man sieht dann, wie Jimmy wieder zurückkommt, aber man sieht, es ist von außen gedreht, also vom, vom, äh, vor dem Zimmer, und, ähm, wie, wie Chuck im Wartet-Bereich sitzt, und Jimmy halt, äh, eben gerade in den Raum reingeht, aber sieht, dass die Mutter nicht mehr drin liegt, dann noch so rumschaut, und sagt halt dann Chuck, so, was ist denn passiert? Er weiß genau, was passiert ist, ja, aber, er tut halt. Ja, und sieht halt Chuck dann nochmal, ähm, im, äh, im, äh, im Warte-Bereich, und, ähm, fragt dann natürlich, hier, ist die gestorben und so, und, äh, nee, fragt dann nicht, er fragt einfach nur, was ist passiert, und Chuck sagt dann, sie ist gestorben. Genau, aber, äh, Jimmy fragt auch nochmal, ob sie aufgewacht ist, äh, und was gesagt hat. Ja, aber Chuck sagt, nein, nein. Ja, Chuck sagt, äh, ganz trocken, nein. Und, äh, so, äh, beginnt die, 10. Staffel, dann kommt's Intro. Ja. Und, äh, ja, die nächste Szene, ähm, Jimmy steht offenbar in der Kälte, man sieht ihn rennend, atmen, erstmal ausatmen. Es geht wieder da weiter, wo die neute Folge aufgehört ist. Genau, das ist, hey, knüpft an das Ende der neunten Folge, und, ähm, man sieht ihn, äh, ja, in den Copyshop-Rennen, in den Copyshop-Rennen, von der neunten Folge, und, äh, ja, und man merkt halt, es ist ein Flashback, also, ähm, ähm, es ist halt angeknüpft, also, wir sind jetzt nicht mehr da, wo wir gerade waren, sondern wieder ganz, äh, äh, weit, äh, vorne, vorne, im Jahr 2002, genau, vorne, äh, aber noch hinter, äh, hinter Breaking Bad, äh, vor Breaking Bad, äh, hinter Vor Breaking Bad, ein bisschen kompliziert, ja, ähm, genau, und er geht halt rein, und macht erstmal die ganze Elektronik aus, und, ja, macht die Drucker aus, macht das nicht aus, und sagt zu den Kunden, obwohl der, äh, Jimmy das gar nicht gehört, in den Laden, kommt morgen wieder alles zum alten Preis, obwohl es nicht lustig gemeint war, nicht, er wollte einfach nur wirklich, dass die Kunden gehen, genau, ähm, was hast du da gedacht, also, denkst du irgendwie, äh, ja, dumme Idee, oder, dumme Idee, dass er seinem Bruder hilft, ne, das nicht, aber dumme Idee, dass er halt reingeht, weil, so macht er sich schon verdächtig, das, ja, das Ding ist halt, dass sein Bruder immer noch an erster Stelle steht, egal was er macht, also, sein Bruder Chuck ist ihm, heilig, und wenn es ihm schlecht geht, dann ist Jimmy immer zur Stelle, ja, das, äh, sieht man ja auch schon, äh, oder sieht man ja später auch noch in paar Szenen, ja, auf jeden Fall, wo er sich dann, ja, selbst ins Ausschießt, dazu später mehr, ja, ähm, aber er hilft ihm, und, ja, die nächste Szene einfach, äh, Chuck im, gefesselt, in einem Krankenbett, ja, das ist eine sehr, sehr intensive Szene, ja, wird auch ziemlich lang, und über den Kopf halt gedreht, so, das ist wirklich nur eine Kameraeinstellung, die wirklich 180 Grad hinter ihm, hinterm Kopf platziert wurde, das ist schon krass, also, das zeigt so richtig, wie ausgeliefert Chuck in dem Moment ist, ja, muss er sich ja vorstellen, da kommen die ganzen Ärzte, tun EKG anschließen, tun seinen Puls messen, und was weiß ich, und dann das Beste ist, komm, wir geben ihn ins CT, und Chuck rastet komplett aus, nein, nicht ins CT, ist natürlich das Schlimmste, wo jemand mit Elektrosensibilität, eine Kette. Genau, und, ja, er will halt keine Hilfe, keine EKG, kein CT, kein gar nichts, und so schließt auch die Szene erstmal, und, ja, und die nächste Szene halt, beobachtet Jimmy, Chuck, von, vor dem Zimmer, ins Zimmer rein, durch so ein Fenster, solche Fenster gibt es eigentlich auch nur in Amerika, das Krankenhaus, oder? Meinst du, die sind mit Jalousien vorne dran, oder? Ja, überhaupt, also hast du schon mal ein Fenster, also hast du schon, ich habe noch kein Krankenhaus gesehen, wo man von außen, durch ein Fenster ganz normal, also vom Gangfenster ins Zimmer reinschaut. Ach so, das meinst du, ja. Habe ich noch nie gesehen. Ist aber wirklich so, also in amerikanischen, aber auch, auch bei Grey's Anatomy, bei, Ding, ja, Scrubs, Scrubs glaube ich auch, also ich kenne jetzt nicht so viele bei House, Doktor House, weiß ich nicht. Aber ja, ist so, er guckt raus und sieht die Ärztin auch noch mit dem Jim, mit dem Chuck sprechen und kommt dann, die Ärztin kommt dann raus und unterhalten sich dann halt mit dem Zustand. Ihm geht es wohl wieder ein bisschen besser. Aber es besteht das Risiko, dass er vielleicht eine ernsthaftere Erkrankung hat und deswegen wollen sie weitere Untersuchungen an ihm durchführen. Und, genau. Und, ja. Gut, Jimmy möchte ja auch, dass eine vorübergehende Zwangsbetreuung für Chuck, was auch immer das heißen soll. Irgend so ein Anwaltsbegriff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, möchte Jimmy das halt in Chuck mitteilen. Aber, ähm, ja, äh, wir haben jetzt ein paar Szenen, viele Szenen in der, in der zehnten Folge, die, ähm, also die, die, die zehnte Folge ist viel mehr mit verschiedenen Szenen aufgebaut als die neunte Folge noch. Ähm, verschiedenste Räume und so weiter. Um, jetzt nicht wirklich alles, äh, irgendwie, äh, jedes Detail, äh, zu besprechen, das macht ja auch wenig Sinn. Ähm, ein bisschen so schnelleres Tempo. Alles klar. Äh, ja, Jimmy, äh, geht ins Zimmer, ähm, und, äh, Chuck sagt halt immer gleich an Ort und Stelle. Wieso warst du da? Ja, ähm, und, äh, fragt halt Ernesto, seinen, äh, Laufbursche, was wir letztes Mal schon ein bisschen mitgeteilt haben, äh, was geht, äh, wo ist, äh, beziehungsweise, ähm, wie lang brauchte, brauchte Jimmy, bis er im Copyshop war? Ja, und es war wohl nur eine Minute rum. Ja. Und es sagt natürlich, Jimmy, äh, Chuck, äh, ja gut, okay, äh, komisch, dass er nur eine Minute gebraucht hat, sogar schneller als die Feuerwehr, äh, die, die, ähm, die Krankenwagen. Chuck findet immer die Realität, also er findet immer die Wahrheit raus, wie schon in der neunten Folge, aber immer gibt es dann irgendeinen von Jimmys Freunden, der ihn dann noch beschützt. Genau, Ernesto hat ihn beschützt, ähm, und, äh, gemeint, ja, nee, äh, er habe ihn gerufen, schon vorher, und, äh, deswegen war er so schnell da. Und, äh, ja. Chuck ist sichtlich enttäuscht, dass seine Theorie nicht stimmt, obwohl er eigentlich nicht enttäuscht sein sollte, weil sein Bruder ihn anscheinend nicht verraten hat. Aber, so ist es. Er glaubt es immer noch nicht. Ja, aber in den nächsten, in den nächsten Folgen wird es halt, äh, ja, da wird es wohl krasser, ähm, die Beweise werden schwerer, und so weiter. Äh, ja, in der nächsten Szene, äh, der Truckfahrer aus Folge 9 liegt gefesselt in einem Wagen. Und Mike verfolgt ihn. Ja, Nacho fährt den Wagen, beziehungsweise Nacho und sein Kumpel fährt den Wagen, und, äh, Mike verfolgt die Szene aus. Äh, mehr, mehr sieht man nicht. Mike muss auch abdrehen, weil er nicht in das gesperrte Gelände reinkommt. Auf jeden Fall sah die Umgebung sehr Breaking Bad mäßig aus. Ja. Also man hätte sich auf jeden Fall gleich den, den Camper im Hintergrund vorstellen können, der da ein bisschen Crystal Mav kocht. Es geht schon mehr in Richtung Breaking Bad auf jeden Fall. Ja, ähm, ja, ähm, ja, wir sehen dann, äh, wieder im Krankenhaus, äh, dass Chuck halt tatsächlich das CT bekommt. Und, ähm, ja, äh, diese Ärztin sagt dann nur, es gab eine Komplikation, äh, während, ähm, Jimmy und Kim im Wardebereich warten, oder am Werbespot kommen. Genau. Auf den er sich so lange gefreut hat, und dann hat er ihn beinahe vergessen. So lange gedreht hat, auch in der Stadt. Ja, getreht und gefreut, und dann hat er ihn beinahe vergessen. Auch, weil sein Bruder Chuck eben an erster Stelle steht. Dann will er gerade aufstehen, und dann kommt plötzlich der Werbespot von einem Fernseher, der an der Wand hängt. Und ja, was sagst du das so? Ja, aber das ist, ja, der, 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 der Werbespot war schon ziemlich geil gemacht. Ähm, allerdings, äh, konnte er sich nicht so freuen, weil er ja, äh, seinen schwer kranken Bruder im Bett hatte, im Krankenbett. Aber Kim war auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ja, äh, ähm, gut. Äh, wir gehen ein bisschen vor, und zwar, äh, zu Mike wieder. Mike kauft sich eine Sniper. Ja, und den illegalen Waffenverkäufer, den kennen wir auch schon. Der hat nämlich schon zwei Waffen an Waterbite verkauft. Einmal seinen ersten Revolver, und dann in der letzten Staffel, wie nennt man dieses riesige Gewehr? Sniper? Nee, das Maschinengewehr, was automatisch läuft damit. Von Breaking Bad. Boah, auf jeden Fall, diese beiden schönen, hübschen Waffen, die ja keine Waffe gespielt haben. Ähm, ja, auf jeden Fall kauft er sich eine Sniper, und man dehnt sich, jetzt geht's los, Mann. Also, jetzt können die, jetzt, jetzt, äh, gehen die Action los. Das waren Schießübungen. Was lustiger an der Schießübung war, das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich im Film gesehen hab, dass man das Einschussgeräusch vor dem eigentlichen Schuss hört. Was auch eigentlich logisch ist, weil der, weil die Kugel ja schneller als der Schall ist. Das macht so, pfff, das ist, ein kleines, feines Detail. Aber wirklich ganz gut zu wird, Junge. Also, das ist mir schon immer aufgefallen. Das ist ein feines Irrchen, war ganz nah an den Fernseher reingeschaut. Ja. Das habt ihr bestimmt nicht verstanden, was er da auf Schwäbisch gesammelt hat. Aber du hast es verstanden, ja. Du hast es verstanden. So. Ähm, ja. Äh, ja, äh, springen wir weiter vor. Die Szene 12 ist jetzt nicht so wichtig. Und, äh, ja, äh, Szene 13, Chuck, äh, wird heimgebracht, von Jimmy aus dem Krankenhaus. Ähm, darf ihm aber nicht helfen. Also, Jimmy, äh, darf Chuck nicht weiter helfen. Er soll Ernesto haben. Weil er natürlich Jimmy nicht mehr vertraut. Ähm, beziehungsweise er sagt eigentlich einfach nur, ich will meine Ruhe jetzt nichts für ungut. Du hast deinen Job erfüllt, aber jetzt geh bitte. Und Chuck schmiede dann währenddessen in seiner Abwesenheit heimlich Pläne. Ja, Szene 14, äh, man weiß, also, wo ich das gesehen hab, ähm, um es mal kurz vorweg zu sagen, äh, ich hab's erstmal nicht gecheckt. Hast du gecheckt, dass da jetzt was, sowas kommt? Äh, verraten wir nichts, aber hast du's gecheckt? Meinst du den Twist am Ende, oder wie? Ja, dass da überhaupt was in die Richtung geht, weil eigentlich, ähm, dass Chuck einen hinfältigen Plan hat. Ja? Ja. Das ist Chuck, das hat er schon in der Staffel davor getan und er wurde so gedemütigt, er lässt es nicht auf sich ruhen. Mhm. Und hat da was Schönes eingefädelt. Lustig, wenn er die Szene wie, Jimmy erstmal die Tür rein will und er macht einfach mal Terrorklopfen, bam, 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 bis er die Tür aufmacht und als ob Chuck es schon gewusst hat, dass Jimmy so beharrlich ist, hat er dann währenddessen... Das tun wir jetzt noch gar nicht, äh, besprechen, weil ich, das ist ja ganz am Ende. Ja. Ähm, also, Chuck, äh, in Aluminium, äh, Aluminiumfolie gehüllt, geht aus dem Haus. Eine ganz seltene Szene, alleine. Ähm, und tagsüber auch noch, ja. Äh, und geht in Richtung Garage und, äh, sucht etwas. In der Garage sieht man erstmal... Ah ja, das war davor, In der Garage sieht man erstmal, äh, hallo, alles von der elektronischen Geräte. Äh, die ganzen elektronischen Geräte aus dem Haus sind in die Garage, äh, umpflanzt worden. Ja. Ähm, und ja. Hat er so eine, so ein Picker, mit dem er dann die Sachen immer anfasst. Ja, das ist ein... Ja, genau. Und, äh, sucht offenbar was und, äh, erfindet es auch letztendlich, ähm, in einer Kiste mit der Aufschrift Office. Und, äh, ja, sucht in der Kiste mit einer Zange rum. Äh, das ist ja richtig geil. Man sieht aber noch nicht, was er da rauskommt. Nee, und das ist nämlich das, ich hab gedacht, das ist eine Festplatte oder so. Wieso auch immer, aber, äh... Ja, dachte ich auch, glaub ich, irgendwas, wo Daten drauf sind, aber... ist immer diese typische Point-of-View-Perspektive, wenn in Breaking Bad oder Better Call soll, dann unter dem Karton, wie er dann irgendwas da raussucht, wenn man nicht genau sieht, was es ist. Aber, äh, es war, äh, irgendwas halt, hol da raus und Szene vorbei, ne? Ähm, Und dann kommen wir zu einer ganz entscheidenden Szene in, äh, der 10. Folge, äh, auch entscheidend für den Cliffhanger, ähm, oder entscheidend für die Staffel 3, weil es einen Cliffhanger hat, ein ganz krasser Cliffhanger. Ähm, da kommen, da kamen, da waren ja Theorien und drum und dran in den ganzen Fangruppen und Fanzeiten, was das wohl bedeuten soll. Aber man weiß es nicht genau. natürlich nicht. Eventuell wissen wir es jetzt. Aber, äh, Mike, ähm, ja, Mike, ähm, mit Knieschützern, äh, uniformiert sozusagen, äh, holt sein Gewehr aus dem Auto und man sieht erstmal nicht, wo er ist. Ich habe erst gedacht, die sind vor dem Laden von Hector, Salamanca, wie das auch schon mal war, in Staffel 1, oder war das? Ach so, du meinst vor dem, vor dem Lager? Äh, irgendwo, ja, weiß gar nicht mehr ganz genau. Das war, das war in Staffel 2, wo er die, ähm, Bande beobachtet, wo sie ihr Geld verstecken. Im Transport. Mhm. Das meinst du, glaube ich. Nee, das, das war nicht das. Aber, gut, ähm, der, man sieht in den zweiten Schnitt, okay, äh, Mike parkt in der Wüste und, ähm, ähm, klettert dann langsam berghoch und, äh, positioniert sie mit der Waffe, mit der Sniper, direkt auf ein einsames Haus, auf eine Hütte, müsste es meiner Meinung nach. Ja, Hütte, ein kleines Häuschen, äh, in der Wüste und, äh, ja, äh, davor parken zwei, äh, Autos und, ähm, da kommt dann, man sieht noch, dass man, der schwenkt immer mit dem, die Kamera schwenkt immer mit dem Sniper, äh, mit. Ja, und man hört absolut keine Musik mehr, nur das Grillen zirpen mit der Kontrolle. Ja, man, 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 man kriegt nur den Sound mit von, Mikes Perspektive und, ähm, ja, und man sieht jemand ein Loch graben. Wenn man in der Wüste ein Loch gräbt, dann ist das eigentlich immer nur für eine Sache da. Also bei Breaking Bad, ne? Ja. Allgemein wahrscheinlich auch. Ähm, wenn man aber ein bisschen kombiniert, äh, der Wagen davor, das sah aus wie der, wo der Mike, äh, ja, äh, eine Szenen davor, verfolgt hat. Verfolgt hat. Und, äh, es ist dann auch der Wagen, man sieht nämlich in der nächsten Szene, wie die Salamanca-Cousins, ähm, diesen Fahrer, diesen Truckfahrer, aus dem Haus rauskicken. Ja. Und, ähm, ja, und Richtung Loch. Und wer ist noch dabei? Hector Salamanca. Hector Salamanca Nacho ist dabei. Nacho ist dabei. Und die beiden Brüder. Ja, hab ich ja schon, äh, Cousins sind das. Cousins, die Salamanca-Cousins, ja. Die, äh, die kicken denen raus. Und, ähm, ja, ist klar, was jetzt passiert. Also, äh, erst mal wird er erschossen dann von einem der Cousins. Und, ähm, währenddessen versucht halt Mike. Genau, und währenddessen, das ist eine krasse Szene, er will, wohl, ja, er will Hector Salamanca in den Kopf schießen. Aber das klappt nicht, so wirklich. Weil es natürlich... Nacho steht immer perfekt genau vor ihm. Also so, als ob er es wüsste, so als ob er es weiß. Die Frage ist, hat er es gewusst oder nicht? Es könnte ja sein... also, wir erzählen mal kurz weiter und dann können wir spekulieren. Ähm, ja, er schafft es nicht. Nacho ist immer vor ihm. Er schafft nicht, Hector Salamanca zu erschießen, bevor die wieder ins Haus rennen. Er hätte vielleicht beide erschießen können. Oder auch. Durch, durch, aber das will er nicht machen. Das, äh, genau, habe ich mir auch gedacht. Mit dieser Kanone, da könnte man locker fünf Kugel, fünf Menschen, kann man das auch locker machen, weil Mike ja auch noch vorher in der Folge neun frägt, beziehungsweise, nee, in Folge zehn, in ein paar Szenen vorher frägt, ähm, ob er ja irgendwie durch, was weiß ich, für ein Fenster noch, äh, die Person trifft. Und Fenster ist, glaube ich, ja, ist vielleicht das Gleiche, so, äh, wenn er durch zwei Köpfe äh, schießen muss. Das heißt, äh, Mike wusste, auf jeden Fall, das würde gehen, aber er hat Nacho nicht erschossen. Äh, und das ist natürlich schon, äh, ja, Mike hat noch etwas Moral übrig. Ne, was heißt etwas Moral? Mike ist ja sowieso ein bisschen sänftiger, aber er will wohl. Im Breaking Bad aber nicht mehr. Ja, im Breaking Bad, aber wir reden ja vom Better Cousin. Ja. Nacho ist wohl noch, äh, oder überlebt die Sache, weil er nicht erschossen wird. Und, ähm, dann aber geht's los. Äh, dann, er gibt auf. Er gibt nicht auf. Er hat ja erstmal, er hat ja erstmal, er nimmt das Gewehr runter, auf jeden Fall. Ja, er sucht ja erstmal noch, okay, was machen wir da, guckt aufs Auto und so, aber währenddessen geht die Hupe her. Ja. Von was? Also die Grillen hören auf, es ist kurz Stille, er nimmt das Gewehr weg und dann, und er denkt sich schon so, scheiße, das kann nix, nix Gutes sein. Und er geht zurück. Und was ist da? Er geht zurück zum Auto. Ja. Weil die Hupe kommt vom Auto. Ja. Die ganze Zeit. Und, äh, warum? Weil halt, äh, zwischen dem, äh, Sitz und dem, in der Hupe halt ein Zweig gespannt ist sozusagen, wo die ganze Zeit auf die Hupe klingt, äh, drückt. Und, ja, und dann, was, äh, was geschieht dann? Da ist dann eine versteckte Nachricht. Ja, versteckt nicht. Auf der Windschutzscheibe. Die Nachricht sich, an sich ist versteckt, aber, sichtbar, ja, eine sichtbar versteckte Nachricht. Ja. Mit einem Wort, don't. Tu es nicht. Tu es nicht. So, und jetzt, ist natürlich der große, whodunit. Ja, große Frage, wer, um, Gott, deswegen hat er es gemacht. Ich glaube, wir alle können uns schon denken, wer das designen kann. Warum ist eine andere Frage. Warum? Nee, 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 warum er, woher wusste der das und, 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 was ist Lot? Also, ich glaube nicht, dass es Gus Fring selber war. Das glaubst du ja? Vielleicht war es ja Nacho selber. Ja, aber Nacho, wie denn? Ja, wo die Frage ist, wer war es? Nacho war ja im Haus. Obwohl stimmt, ja, das hätte er gar nicht machen können. Das können wir auch kurz mal fragen, was, was, was ihr glaubt. Wer hat die Don't, wer hat die den Zettel Don't geschrieben? Wer war das? Also, ich glaube, beziehungsweise nicht, ich glaube, es ist halt einfach, ähm, es ist der große Cliffhanger, äh, weil das andere ja eher nicht so ein Cliffhanger ist, da weiß man, wie es ungefähr ausgehen wird, das erzählen wir gleich, besprechen wir gleich, ähm, aber, also, ich bin gespannt, wie sie das drehen wollen, weil Fring war ja bisher überhaupt nicht im Bild, und, äh, woher soll der das auf einmal erfahren, was geht? Vielleicht kommt ja auch irgendwie, äh, gut, es ist aber eigentlich nichts Neues, weil Gus Fring hat auch schon in Breaking Bad alles gewusst und alles mitbekommen. Das stimmt, aber, ähm, das ist schon mal der Gedanke gerade verfallen. Och, es tut mir leid. äh, das stimmt, aber, ähm, nur frage ich mich, äh, ob das Gus Fring selber war, dann, das glaube ich nicht, ähm, und, ähm, ja, äh, warum auch? Also, warum hat Gus Fring, warum hat Gus Fring, einen Wunsch, dass, Herr Hector Salamanca nicht mehr, ich habe eine Theorie, die mir gerade durch den Kopf geschossen ist, weil, eigentlich in Breaking Bad hat ja, ähm, Gus Fring mit Hector Salamanca ein ziemlich persönliches Anliegen oder eine ziemlich komplizierte Vergangenheit, weil Hector Salamanca hat ja Gus Frings Kumpel erschossen. Mhm. Damals ja in der Vergangenheit und er will, also in Breaking Bad will Gus Fring Hector Salamanca nicht umbringen, er will ihn leiden lassen und will erst mal seine komplette Familie ausrotten, bevor dann Hector Salamanca sterben darf. Und es könnte ja sein, dass Gus Fring, ähm, Hector Salamanca nicht diesen angenehmen Tod wünscht, den dann Mike hätte beschleunigt. Äh, war das, war der, war der Tod also von Gus Frings, äh, Bruder oder was? Wer war das? Wer denn Hector? Ich weiß nicht mehr. Die Los Poyos Hermanos, das war noch Gus Fring und sein, ja, bester Freund und die haben damals mehr oder weniger einen Pitch gehalten bei, bei diesem Kartell, weil sie ins Drohgeschäft einsteigen wollten. Aber Hector Salamanca hat gemeint, einer von euch beiden reicht völlig aus, dein Kumpel ist total nutzlos und hat ihn umgebracht vor seinen Augen. Ja, stimmt, stimmt, ja, stimmt, jetzt weiß ich, ja, ja, das heißt, ähm, ja, nee, dann kann das, dann könnte das der sein, ja. Meine Theorie war ziemlich gut, oder? Ja, das könnte sein, also was glaubt ihr denn? Also, wer hat diese Nachricht Don't geschrieben? Gus Fring oder Jesse Pinkman oder Walter White oder Walter White jetzt nicht, den gibt's ja nicht mal, aber, ähm, ja, der lebt, aber, äh, aber wer kann das sein? Also, ganz ehrlich, ähm, ich glaub selber natürlich nicht, also ich glaub nicht, dass Gus Fring das selber war, es war halt irgendein Handlanger, äh, äh, aber diese kurze Botschaft, dieses Prägnante, das passt doch total zu Gus Fring an, nicht zu viel, nicht zu wenig, so, so, ja, auf jeden Fall sieht man, äh, Mike dann ziemlich, äh, ja, äh, verwundert rumschauen, ja, 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 wie war das jetzt, what the hell, hab ich da ein Ast liegen lassen in meinem Auto? warum? ja, auf jeden Fall, ähm, die Szene endet so, äh, Mike ist sichtlich verwundert und weiß nicht, wer es war und, ähm, ja, die Szene endet so und, äh, das ist der große, erste große Cliffhanger für die Staffel 3, ja, und da sind wir natürlich schon gespannt, wer das wohl sein wird, und das aber ist doch eine Sache, ähm, da kann es doch wirklich sein, dass Gus Fring ziemlich früh, ich glaube auch, in die Staffel, äh, eintritt, weil, äh, ich glaube nicht, dass da, dass die Macher jetzt hier noch irgendwie zwei, drei, vier Folgen das aufbauen, zwei Folgen warten sie vielleicht, ja, aber, ja, aber, also ich glaube nicht, dass die das Fett aufbauen jetzt hier, oh Gott, wer war das und Mike sucht überall oder was, also glaube ich nicht, ähm, ich glaube schon, dass die, ähm, dass die Lösung schnell kommt und dass Gus Fring auch schnell zu sehen ist, was wir ja uns alle wünschen, ja, also er würde auf jeden Fall eine tragende Rolle spielen in Staffel 3, bin ich mir ziemlich sicher, und deswegen wird er noch in der ersten Hälfte auf jeden Fall zu sehen sein. Ja, ähm, und auch öfters als... Wir können wieder wetten, was, welche Folge hast du gesagt? Ähm, ich habe glaube ich gesagt, Folge 4 oder was? Folge 4 ist gar nicht. Ich sage Ende Folge 2. Hast du nicht letztes Mal, später? Ich weiß gar nicht. oder Folge 3. Müssen wir einen Podcast nur anschauen, äh, von letzter Woche. Ähm, ja, die Szene endet und die nächste krasse Szene kommt. Ähm, der nächste große Cliffhanger kommt am Schluss der Szene. Ähm, Gas, äh, ja, Gas, Gas Fring, äh, what the hell? Ne, ähm, man, man sieht, äh, oder Jimmy, um das schnell zu machen, jetzt mal schnell durchzulaufen. Jimmy, äh, wird, äh, angerufen, von Howard. Howard Hamlin. Howard hat eine Nachricht in der Hand, man sieht es, äh, uns, und, und fragt, man sieht nicht, was auf der Nachricht drauf ist, aber man, er fragt, äh, ob, äh, hast du was damit zu tun? Genau, nur dieser Satz, ja, hast du was damit zu tun? ähm, beziehungsweise, ja, äh, und sagt, und Jimmy sagt, äh, mit was? Und das war's auch schon, die Szene geht schnell vorbei, ähm, und jetzt ist der Stream unterbrochen, sehen wir gerade, ähm, das ist natürlich eine, Internet haben wir doch, äh, ein kleines Problem, dann mach mal eine Kaffeepause. Das ist jetzt da, jetzt sind wir wieder da. Jetzt weiter wieder. Super, wir sind wieder on air, eine kurze Werbepause. Äh, genau, und, ähm, dann kommt erst die krasse Szene. Wir haben, glaube ich, jetzt gerade ein paar Probleme, wieso? Hängt bei euch der Stream gerade? Ist bei euch, äh, alles okay? Könnt ihr uns verstehen? hier? Und das ist wieder weg. Das ist jetzt aber, äh, jetzt müssen wir halt einen Los Pervers Hermanos Werbespot einspielen. Ja, immer wenn, äh, wenn Unterbrechung ist, dann, äh, irgendwie hier Videos, oder so, ding, 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 wir sind gleich wieder nicht ganz genau. Ähm, jetzt läuft's wieder. Jetzt ist es wieder irgendwie schlecht. Das ist natürlich blöd jetzt gerade. Ziemlich, äh, es ruckelt halt, das Bild. Schlechte, jetzt, 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 jetzt läuft's, glaube ich, wieder besser. Komm. Nee, jetzt, glaube ich, läuft's wieder besser. Ähm, gut, äh, jetzt kommt die entscheidende Szene mit dem zweiten Cliffhanger. Ähm, ich hab's, äh, ein bisschen vorweggenommen. Jimmy, äh, in Jimmys Haus, beziehungsweise nach der Szene, dass, äh, Jimmy, äh, mit Howard spricht und Howard sagt, äh, ähm, was soll es, äh, mit Chuck, hast du was damit zu tun? Fährt Jimmy schnell zu, äh, Chucks Haus. Und, ähm, klopft an und jetzt kommt das, was du vorhin hast. Ach, ja, ich dachte, das wäre eine Szene, wo sie auf dem Krankenhaus dann, äh, besuchen will. Kommt am Ende, der Terrorklopf. Nee, das kommt jetzt? Ja, mein ich, ja. Könntest du ja kurz nochmal... Ja, auf jeden Fall, Jimmy klopft und Chuck geht an die Tür und sagt, nee, geh, ich bin beschäftigt, geh wieder nach Hause. Aber, Jimmy gibt nicht auf und klopft erst mal wirklich eine Minute gegen die Tür. Bam, bam, bam. Und währenddessen aber... Währenddessen macht er wahrscheinlich... Macht er irgendwas? Macht er irgendwas? Man sieht es nicht, aber man versteht es dann im Nachhinein. Genau. Oder was... Was er das eingeplant hat? Ja, könnte sein, dass es da währenddessen macht, äh, was er nachher macht. Er hat auf jeden Fall, auf jeden Fall gewusst, dass Jimmy so penetrant vor der Tür stehen bleibt, bis er die Tür aufmacht und hat er diese Wartezeit von Jimmy ausgenutzt, um dieses mysteriöse Gerät an die richtige Stelle zu platzieren. Könntest du mal kurz aktualisieren, die Seite irgendwie hängt ja bei uns, ich hoffe nicht bei euch, der Stream. Einfach die Seite nochmal... Ah, da, da, lass doch was sein. Geh mal runde und so. Ähm, gut, äh, ja, äh, dann, ähm, kommt doch nochmal Chuck an die Tür und holt Jimmy rein und, ähm, Jimmy darf also nochmal ins Haus und, äh, verwundert, sehr verwundert. Ja, guck, man muss erst mal durch so einen Vorhang von Aluminium vorgelaufen. Ja, äh, schaut erst mal den Vorhang an, was ist hier los? Und geht dann durch den Vorhang und sieht den ganzen Raum voller Aluminium vorhüllen. Ja. Und, äh... Ein fahrradarischer Käfig hat er da gebaut. Ja. Weißt du, was ein fahrradarischer Käfig ist? Das müsste ja nicht jeder wissen, der einmal Physik gehabt hat. Und zwar ist das ein Raum, der Elektrizität abschirmt. Zum Beispiel ein Auto ist ein fahrradarischer Käfig. Echt? Da man dort nicht vom Blitz getroffen werden kann, man ist sicher. Man kann getroffen werden, aber man überlebt. Dann ist also ein antifahrradarischer Käfig ein Baum? Richtig. Ist zwar kein Käfig, aber... Ja, hab ich das gut kombiniert. Ähm, ja, dann, äh, geht er rein und, äh, jetzt gibt es erst mal hier, Chuck, äh, Jimmy fragt, was soll der ganze mischtierisch jetzt komplett durch? Also so sagt er es nicht, aber der denkt sich so. Und, ähm, will aber Chuck überreden, äh, nicht aufzuhören. Mit was? Nicht aufzuhören. Mit seiner Arbeit. Genau. Weil er wohl, ähm, Chuck will wohl, äh, als Anwalt aufhören. Äh, und das war der Zettel, was Howard auch in dem, in der Hand handelt. Ähm, die Frage ist, ob er das wirklich so, die Absicht hatte, aufzuhören, oder ob das auch zum Plan gehört hat. Ja, und ob Howard auch ein Thema war auch dabei. Ähm, das glaube ich nicht unbedingt. Ja, glaube ich auch nicht, weil das wäre dann schon zu, äh, von der Serie an sich zu konzeptioniert. Nee, das Ding ist ja eigentlich... Kameraeinstellung, dass man... Aber das, äh, tun wir alles gleich. Auf jeden Fall, äh, bekommt Jimmy, äh, Chuck, äh, zum Reden. Die setzen sich aufs Sofa und reden, beziehungsweise, äh, Jimmy steht halt noch und sagt so, und Chuck, völlig am Bode zerstört. Ja, er ist total komplett aufgelöst. Ja, und sagt, ich hab einen Fehler gemacht, 12, 16 mit 12, 61 vertauscht und alles drum und dran und das ist, ich kann nicht so weitermachen. Er sagt auch, die Elektrizität ist das, die macht mich fertig und irgendwas für sich und es löst halt in Jimmy etwas aus, was nicht so sehr intelligent ist, was er jetzt tut. Ja, er gibt zu, er weiß. Ja. Er hat... Einfach nur, um seinen Bruder aufzuhalten, dass er nicht komplett den Verstand verloren hat, dass er keinen Fehler gemacht hat, gibt er zu, dass er dieses krasse Verbrechen begangen hat. Genau. Ähm... Die eine Schwäche von Jimmy, dass er einfach zu loyal zu seinem Bruder ist. Ja, und... Zu seinem Nachteil. Genau, äh, Chick, äh, Chick. Chick. Kimi. Letztes Mal, letztes Mal hat man, ähm, ähm, Nike und Macho. Und diesmal haben wir, äh, Jimmy und Chick. Dann hatten wir Kimi und Jimmy und jetzt haben wir Chick. So. Jimmy, ähm, ähm, ja, gibt sozusagen ein Geständnis ab. Ja. Und, äh, Chuck frägt auch, oder sagt auch, ja, das war dann jetzt, also sagt wirklich alles, sagt, ich hab die... Du weißt schon, dass das ein Geständnis anstatt hat. Ja, sagt erstmal, er hat die Daten, äh, die Dokumente, äh, die Nummern vertauscht in einem Copyshop. Genauso wie du es gesagt hast, du hattest mit allem Recht und, ähm, so weiter und so fort. Also Jimmy will den wirklich aufmundern. In seiner, äh, ja, Gutmensch, äh, Tuerei, äh, gibt dir halt ein krasses Geständnis ab. Und Chuck frägt auch, ja, fragt sogar zweimal, glaube ich, du weißt, dass das jetzt ein krasses Geständnis war. Und, äh, Jimmy sagt, ja. Aber es ist dein Wort gegen meines. Und, äh, genau, und der genaue Wortlaut, äh, heißt dann, und außerdem stünde mein Wort gegen deins. Du kannst da also nichts vom Gericht dagegen machen. Und dann, äh, dreht sich Chuck ganz langsam um. Also Jimmy geht aus, äh, aus dem Haus raus. Er geht dann raus. Und Chuck dreht sich ganz langsam um und holt dann halt vor dem, äh, unter dem Kissen ein, was war vor? Ja, Tonbandgerät. Und hat er auf Pause. Alles aufgenommen. Und, äh, so endet die letzte, letzte Folge. Und man denkt sich einfach nur, oh, Schein. Ja, man denkt sich halt, okay, ähm, wir haben jetzt, äh, zwei große Sachen. Ja. Wer war das, äh, Don't, äh, Ding? Und, äh, wer war, äh, oder nicht wer war, sondern was wird aus dem Umstand? Und, ähm, was glaubt ihr denn? Also, es gibt ja ein Bild, äh, von, von Jimmy schon aus der dritten Staffel mit einem orangenen Gefängnisanzug. Ja. Die Frage ist auch bis daran, ob es wirklich, ähm, das Verbrechen von Chuck war, oder ob er irgendwas anderes, dass, äh, sich etwas anderes reingeritten hat. Es kann auch sein, dass Jimmy, ähm, irgendwas anderes baut, irgendeine andere Scheiße baut, äh, da ist er gut. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das wird Konsequenzen haben. Ja, könnte sein, dass da, ähm, Chuck vor das Gericht geht, er hat jetzt auf jeden Fall, also eigentlich kann Jimmy nichts mehr machen. Ja. Er hat ein krasses Geständnis auf dem Turmband gerät und, äh, Jimmy ist am Arsch sozusagen. Ja, also mit legalen Mitteln kommt er nicht mehr um diesen Fall drumherum. Ja. Und, ähm, ich glaube mal, also ich glaube da, also die setzen da natürlich an und bei Mike, das sind die zwei Geschichten, die zwei Riesengeschichten, ähm, und, äh, ich glaube auch, dass, ähm, Chuck den verpfeift. Ja. Das wird dann das große Drama und, glaube ich, auch der Kern der dritten Staffel sein, der Prozess. Genau. Und Chuck gegen Jimmy. Bevor wir dann noch weiterreden, ähm, wollen wir noch mal kurz auf das Gewinnspiel, äh, aufmerksam machen. Wir haben halt so ein kleines Gewinnspiel, ähm, und zwar, äh, sollt ihr einfach folgende Frage beantworten, äh, beziehungsweise nicht folgende Frage. Für diese super schöne Tasse von Breaking Bad, mit Walter White hinten drauf und mit Sprüchen von Better Call Saul auf der Tasse. Das gibt's zu gewinnen. Kleines Gewinnspiel. haben wir ja angekündigt. Und, äh, wir wollen einfach wissen, welcher ist euer Better Call Saul Charakter? Lieblingscharakter? Und warum? Äh, und diese Antwort einfach in die Gruppe, die wir, ähm, extra dafür, und natürlich nicht nur dafür, sondern und natürlich erst recht zum Austausch zwischen allen deutschen, äh, Fans, der von Better Call Saul, äh, gegründet haben. Und die Gruppe heißt halt Better Call Saul Deutschland Fans. Einfach eintreten und dann, äh, ja, ähm, die, den Charakter, beziehungsweise die Antwort, da unter einem Post in der Gruppe, äh, Es kann sein, äh, dass ich euch, äh, erst mal, oder wie ihr euch erst mal hinzufügen müsst, fällt mir gerade ein, äh, weil die, glaub ich, nicht öffentlich ist. Wir fügen euch alle hinzu. Wir fügen euch alle hinzu, äh, und dann könnt ihr das schreiben und, ähm, dann machen wir die, die, äh, Auslosung. Und, äh, da nicht so viele mitmachen wohl, sie gucken ja nicht so viel zu, gibt's ihnen auch größere Chancen. Ja, das werden wahrscheinlich noch viele im Nachhinein anschauen. Aber wir haben ja gesagt, äh, für alle, die zuschauen. Deswegen, ähm, liked, äh, oder, oder tradet der Gruppe jetzt bei. Ich seh das ja an der Uhrzeit und dann, ähm, weiß, wissen wir Bescheid, dass ihr von dem Stream kommt. So, wir haben die zehnte Folge besprochen, ähm, und jetzt gucken wir in die Zukunft. Ab jetzt sind wir komplett auf Staffel 3 getrimmt. Ja. Ab jetzt besprechen wir nichts mehr, wenn's nicht sein muss, nichts mehr zur Staffel 2. Wir besprechen jetzt unsere Theorien und auch allgemeine Infos zur Staffel 3. Wann beginnt sie, äh, und so weiter, wie viele Episoden, äh, neue Charakter und, ähm, alles Mögliche. Und, ähm, das heißt, unser Warm-up ist so vorbei und jetzt geht's los mit Staffel 3. Nächste, ähm, nächste, äh, Woche geht's los. Endlich. Nach über einem Jahr Wartezeit. Und, äh, ja, ähm, du hast, glaube ich, ein paar Hintergrundinfos zur Staffel. Ja, die Frage ist, schaut ihr auf Englisch oder schaut ihr auf Deutsch? Also, für die Leute, die auf Netflix die Originalfassung schauen wollen. Ihr könntet schon am 11. April schauen, am Dienstag. In Deutschland. In Deutschland, ja. Und am nächsten Tag, am 12. kommt dann die Folge auf Deutsch. Mhm. Wahrscheinlich, die Uhrzeit steht noch nicht genau fest, aber es war, wie war's bei der zweiten Staffel? Ich glaube, um 8 Uhr, immer morgens, um 8 Uhr, glaube ich, war das doch so, dass die Folgen immer... So war's bei der ersten Staffel, auf jeden Fall. Ja, äh, dass die Folgen, glaube ich, da um die Uhrzeit, äh, verfügbar waren. Ähm... Aber man muss auch die Zeitverschiebung beachten, weil, im 11. April ist Startdatum in den USA und dann mit der Zeitverschiebung... 10. April ist in den USA. Ah, okay. Aber ist dann am 11. April auch... 11. April ist Premiere auf Netflix, ja. Nur Englisch? Englisch. Einen Tag später, also genau einen Tag später... War das immer so? Also wir haben es ja immer auf Englisch geschaut... Es war immer so, dass immer einen Tag später dann die Deutsche passen kann. Echt? Ja. Okay, krass. Wusste ich nicht. Ähm... Es sind wieder 10 Folgen, also übliche Länge, 45 Minuten plus minus. Sehr gut. Es gibt wahrscheinlich keine Doppelfolge und auch keine Folge, die bis so aus der Laufzeit rausfällt mit 90 Minuten oder so. Ist auch noch nicht angekündigt. Ja, aber man weiß ja auch nur von der ersten Folge, wie sie heißt, glaube ich. Die erste Folge heißt Mabel. Mabel. Und Mabel ist ein Frauenname. Aber wir kennen bis jetzt noch keinen Charakter aus Breaking Bad oder aus Better Call Saul, der Mabel heißt. Ne. Deswegen wird wahrscheinlich ein neuer Charakter eingeführt in der ersten Folge gleich, der nicht unwichtig ist, wenn er einen ganzen Episodennamen bekommt. Ja, aber das war ja auch bei Marco so, dass es halt nur eine Folge war. Marco kamen zwei Folgen vor. Echt? Ja. Gut, aber zwei Folgen, aber er hat jetzt auch nicht die Riesenrolle. Also das war halt der Freund, aber davor und danach war nix mehr. Ja, gut, also mal schauen. muss jetzt nicht der große Charakter sein. Aber schon mal interessant zu wissen, wir haben es ja auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, veröffentlicht, wie die Folge heißt, Mabel. Ja. Die anderen Episoden haben sie noch nicht bekannt. Das ist bis jetzt nur der erste. Ja, das ist ja immer so. Das war ja immer so, dass immer die Folgen, der Folgename, glaube ich, immer eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher erst bekannt ist. Nee, manchmal kommen dann auch mehrere auf einmal. Das war ja bei der zweiten Staffel so, wo dann alle Episoden dann plötzlich da waren. Bist du sicher? Ja. Das ist mal so, mal so. Manchmal halt dieses Geheimer, manchmal nicht. Kommt ein neuer Charakter? Also, wo du schon weißt? Ja, es kommt einer und der heißt Young Skeif. Wir wissen nicht genau, was das für ein Charakter ist. Aber das hört sich doch schon eh nach Throm-Dealer an. Der Street Name. Das können vielleicht auch der Handlanger von Gus Fring sein, der diese Don't-Geschichte geschrieben hat. Ja. Das hört sich doch schon mal... Vielleicht, ja. Und das kann auch sein, dass der dann in den ersten Szenen irgendwie das Maik ihn vielleicht doch irgendwo noch in der Wüste erwischt beim Heimfahren oder was. Und dann erstmal durch die Menge nimmt, ja. Ja, das kann doch sein. Vielleicht. Gibt's noch irgendwas Wichtiges zu wissen für die Staffel 3? Gut, es ist halt die Frage, wann sich der Konflikt zwischen Jack und Jimmy richtig aufbaut. Ob er gleich damit zögert oder ob er gleich damit jetzt vor Gericht geht. Ja, das können wir jetzt nicht beantworten. Das werden wir sehen. Und auch vielleicht wie es mit Kim weitergeht. Mit Kim und ihrem neu gegründeten Anwaltsunternehmen. Ja, aber so wie die, die jetzt abgespeist haben in der letzten Folge als eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Empfangsthandel kurzerhand. Ich glaube da bei Kimi... Kimi, bei Kim sieht nicht so gut aus für viel Screentime in der drinnen Staffel. Was du aber noch erwähnen kannst, ich glaube du hast schon mal ein bisschen recherchiert, ist, dass es Breaking Bad ein bisschen ähnelt oder so. Ja, also es gab ein Making-of, da können wir auch nochmal den Link posten, wenn ihr wollt, in die Better Corsair-Seite. Wir haben es noch nicht gepostet. Und zwar in dem Making-of geben einige Schauspieler und auch der Produzent Vince Gilligan ein paar Eindrücke aus der dritten Staffel. Und Vince Gilligan meint, die Staffel ähnelt wieder mehr Breaking Breaking Bad ist dramatischer vor allem. Also wahrscheinlich weniger lustig als die anderen beiden Staffeln. Ein bisschen mehr ernst. Und aber Bob Odenkirk, also Schauspieler von Sir Goodman meint, es wäre jetzt schon seine Lieblingsstaffel. Also wir sind auf jeden Fall ziemlich gehypt. Unsere Erwartungen sind nicht niedrig. Es soll doch auch glaube ich schon ein bisschen in Anführungsstrichen spannender werden. Es geht ja immer mehr auf Breaking Bad zu. Die Zeit zwischen den beiden Serien wird immer kleiner. Und da muss schon noch viel aufholen auf jeden Fall. Aber das ist doch auch eine interessante Sache, wenn Bob Odenkirk sagt hier das ist meine Lieblingsstaffel dann meint er ja die anderen beiden, die so ein bisschen langsamer waren und so waren jetzt nicht so kleine Sachen. Das Ding ist auch, wenn Schauspieler oder Schauspieler sagen, das ist der beste Film, den ich je gemacht habe, das sagen sie eigentlich immer. Also man kann es jetzt auch nicht so für bare Münze nehmen. Es kommt drauf an, ich denke zwar schon, dass sie sehr stark wird, die Staffel, aber nur weil es jetzt Bob Odenkirk gesagt hat, es kommt drauf an. Es wird auf jeden Fall spannender, also kann ich mir vorstellen. Ja, ich denke aber nicht, dass sie das Tempo sehr anziehen werden. Auch wenn vielleicht jetzt krassere Sachen passieren, denke ich nicht, dass jetzt auch wenn man die Serie Tempo aufnimmt und mehr auf Action geht. Glaube ich nicht. Ja, mal gucken. Was ich allerdings noch berichtigen muss, ich habe letzte Woche etwas behauptet oder nicht behauptet, ich habe es gesagt, dass ich es weiß. Allerdings war es eine Fehlinfo und zwar die Los Polos Hermanos Restaurants, wo ich gesagt habe, es gibt jetzt einen Real, gab es, es gab ihn in Real auch, man konnte auch reingehen und das sah alles aus wie Los Polos Hermanos, aber nur für zwei Tage. Oh, das ist aber schade. Und zwar sind es halt Pop-Up Stores, den gab es in Austin, in Texas und der wandert jetzt sozusagen, der war dann in Los Angeles, ist dann bald in, glaube ich, einer Woche oder so in New York und dann aber auch noch in Sydney. Alles viel zu weit weg von Europa. Und leider nicht in Europa und das ist krass einfach, weil die halt den üblen Aufwand machen, nur wegen diesem Pop-Up Store, nur wegen Werbung natürlich, dieser Promotion. Also es scheint zu funktionieren. Und dieser Pop-Up Store Los Polos Hermanos, da wird halt, das muss man mal die Bilder anschauen, die ganzen, die Sitzkissen, alles drum und dran, es ist alles wie in dem Restaurant, für zwei Tage wird es aufgeworfen. Warum? Ja, Verwerbung, darüber redet jeder. Vielleicht, wenn es sich jetzt etabliert, also wenn es den Leuten gefällt, vielleicht sieht man irgendwann eine richtige Kette auf, ich glaube nicht, dass es, weil, ja, aber eine ganz witzige Sache, Los Polos Hermanos, Los Polos Heißt da ungefähr irgendwas mit die Brüder, die Hähnchenbrüder, ungefähr so, Los, die, Polos, Hühnchen, Hermanos, Brüder. Ne, andersrum glaube ich. Ne, Polos ist Hühnchen, Hermanos ist ein Brüder, Hermano. Ja, keine Ahnung. Oder Los ist irgendwie, keine Ahnung. es kann sein. Auf jeden Fall dürfen, oder haben die Pop-Up-Stores keine Genehmigung, beziehungsweise verkaufen die nur Pommes und so ein Zeug, also nichts mit Fleisch, weil die dann extra Genehmigungen einholen müssten und deswegen stimmt der Name eigentlich gar nicht zu dem Angebot, was sie da alles verkaufen. Und, ja, aber das sind ja nur zwei Tage da, leider. Und, und, das, ja, die sind nicht ständig da, die sind also irgendwann auch überall weg, leider. Tja. Ja. Irgendwann vielleicht. Es ist schon fast wieder eine Stunde rum, es geht schnell rum, hier, wie immer. Heute war nicht so viel Interaktion, kaum Kommentare, leider. Schade, aber vielleicht wird es in der nächsten Woche, wo es dann endlich losgeht mit der Staffel 3, besser. Eventuell. und denkt an das Gewinnspiel in der Gruppe und dann würden wir sagen, wir hören uns nächsten, jetzt müssen wir halt mal schauen, wie das sich abläuft, vielleicht auch erst donnerstark. Ja, auf jeden Fall, weil die meisten ja vielleicht von euch auf Deutsch die Folge anschauen. Genau. Dass wir deswegen ein, zwei Tage später den Stream starten. Genau, auch, weil halt wir jetzt Dienstag haben und Dienstag kommt ja erst die Folge raus, das geht ja nicht. Das heißt, wir tun euch auf jeden Fall frühzeitig Bescheid geben, wann das Stream beginnt und dann sprechen wir zusammen wieder die neueste Folge und diskutieren darüber und das wird bestimmt jetzt lustig und in einer Woche ist endlich soweit. Und nochmal hier der Hinweis zum Gewinnschwer einfach die Gruppe eintreten, wenn das jetzt noch nicht geht. Wenn ich es euch freischalten muss, mache ich das sofort nach dem Stream und einfach schreiben, welcher Charakter ist euer Lieblingscharakter und warum. Und dann könnt ihr diese schöne Tasse gewinnen. Better cause to all. Wer ist schon dein Lieblingscharakter? Mein Wir haben eine Umfrage in der Gruppe schon. Ah, das ist ja abgestimmt. Und da habe ich abgestimmt für Weißt du selber nicht mehr? Doch, ich glaube Bob Odenkirk, Bob Odenkirk, also Saul LeGutman natürlich, beziehungsweise Jimmy McGill. Aber natürlich, ja. Und nee, und dann habe ich noch ein Turco, glaube ich. Weil ich finde den auch nicht schlecht. Es ist so immer, wenn der rauskommt, ist so eine hitzige Stimmung. Aber ich mag Hector Salammer. Ich habe gleich für mehrere abgestimmt, das dürft ihr nicht. Aber ich habe... Wieso dürft ihr es nicht? Nein, die dürfen das auf jeden Fall in der Umfrage machen, nur während der beim Post. Dürft ihr. Gut. Damit wollen wir uns verabschieden, oder? Und wünschen euch noch einen schönen Abend. Es ist ja ziemlich warm und ziemlich hell noch ist das Sommerzeit. Vielleicht deswegen nicht so viel eingeschaltet. Mal gucken, wie es nächstens wird. Vielleicht draußen ein paar Poyos oder so. Also, dann in einer Woche ist es soweit und bis dahin. Ciao. Ciao. Oh, jetzt kann er das Stream nicht aufschalten.